Hier kommen jetzt meine drei wichtigsten Tipps für einen guten Schlaf. Alle renommierten Schlafforscher und Neurologen sind sich einig, dass du zwischen sieben und acht Stunden Schlaf haben solltest. Im Idealfall eher acht als sieben. Vielleicht sagst du, hey Bruder, das ist jetzt aber echt ein bisschen weltfremd. Wenn du meine vollgepackte Woche sehen würdest, ich schlafe selbst seit vielen Jahren diese sieben bis acht Stunden. Und du wärst überrascht, was ich so alles an einem durchschnittlichen Tag erledigen kann. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich mich auf den Punkt unfassbar konzentrieren kann. Und das ist wieder eine direkte Folge davon, dass ich gut lernen kann und dass ich Ablenkungen extrem gut ausblenden kann. Und beides ist wieder eine Folge von meinem guten Schlaf. Was ich dir sagen will, wenn du gut schläfst, schaffst du in einer Woche nach meiner Erfahrung das Doppelte, als wenn du nicht gut schläfst. Wenn du also viel zu tun hast, dann lautet mein Rat ganz klar, schlafe genug. Hier kommen jetzt meine drei wichtigsten Tipps für einen guten Schlaf. Kühl, dunkel und leise. Erstens, du schläfst optimal kühl bei 18 Grad. Am besten lüftest du gut, bevor du schlafen gehst. Und zweitens sollte es dunkel sein, also am besten richtig dunkel. Und drittens sollte es leise sein. Und wenn es nicht anders geht, dann nutze Ohrstöpsel. Dazu habe ich noch sieben weitere Regeln, die ich für mich selber aufgestellt habe. Erstens, der gute Schlaf beginnt damit, wie du aufwachst. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe gesehen, so wie du morgens als allererstes wach wirst, so schläfst du abends auch ein. Wenn du morgens als allererstes etwas Sport machst, schläfst du abends gut ein. Insgesamt fördert Sport natürlich auf jeden Fall den Schlaf. Du solltest nur nicht zu spät den Sport machen, weil dich das dann nochmal so richtig aufpuscht. Zwischen einem anspruchsvollen Training und dem Schlaf sollten drei Stunden liegen. Je mehr Sport du in den Morgen packen kannst, umso besser. Auch für deinen Schlaf. Mein Tipp ist, wenn du aufwachst, mach es dir sofort hell im Zimmer. Ganz hell. Lüfte, mach ein paar Dankbarkeitsübungen, überleg dir mindestens fünf Dinge, für die du dankbar bist. Mut für deine Seele, für deinen Geist und dann springe aus dem Bett. Wenn du schnell aufwachst, also schnell aus dem Bett rauskommst, nach dem Aufwachen, schläfst du abends auch viel schneller wieder ein. Wenn du dagegen noch eine ganze Zeit da rumlümmelst, wirst du abends auch spät schwerer einschlafen. Zweitens, gehe immer zur selben Zeit ins Bett und stehe auch zur selben Zeit auf. Dein Körper, deine Psyche, dein Geist sind unfassbare Gewohnheitstiere. Und die Gewohnheit, die verstärkt sich selbst. Ich gehe fast immer um 22.30 Uhr ins Bett und ich stehe um 6.24 Uhr auf. Je mehr du das auch am Wochenende tust, umso mehr wird dein Körper in dieser Gewohnheit bleiben. Das heißt, er wird diese Gewohnheit verstärken. Es wird immer natürlicher. Vielleicht sagst du jetzt kritisch, hey Bruder, lass mal ganz ehrlich, hast du das auch als junger Mensch gemacht? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe auch Nächte durchgefeiert. Aber seit ich wirklich Leistung bringen will, mache ich genau das, was ich gerade sage. Übrigens habe ich eine Zeit lang versucht, den Schlaf zu überlisten. Und dann wollte ich nur drei oder vielleicht vier Stunden schlafen. Und davon bin ich schwer krank geworden. Ich will jetzt keine Krankheitsstory erzählen, aber glaub mir, es war wirklich fies. Und es hat anderthalb Jahre gedauert. Deswegen liegt mir dieses Thema wirklich am Herzen. Ich möchte es dir wirklich nahe bringen. Schlafe ausreichend. Alles andere ist entweder einfach nur unteroptimal oder, wie in meinem Fall und in vielen anderen Fällen, kann es richtig, richtig fies werden. Tipp 3 ist das Essen. Esse abends nichts Schweres, keine großen Portionen. Als ich unbedingt die Welt erobern wollte, mit 37 Jahren, da habe ich abends nur Proteine gegessen. Also wirklich nichts anderes als Proteine und etwas Gemüse. Ohne Kohlenhydrate, ohne Fett. Und wenn du dann die Proteine isst und genau, ziemlich genau eine Stunde später etwas Süßes, wie ein paar Rosinen oder eine halbe Banane, dann produziert der Körper Phenylalanin. Das ist das Chef-Hormon. Du bist dann sehr, sehr wach. Und dann brauchst du tatsächlich nur sehr wenig Schlaf. Also das ist kurzfristig ein guter Tipp, wenn du mal viel leisten musst. Aber langfristig, ich habe selber erfahren, macht dich das krank. Zumindest hat es mich sehr krank gemacht. Wenn ich abends ein paar Kohlenhydrate esse, schlafe ich besser. Also insgesamt gilt auf jeden Fall leichte Kost. Und du kannst vor dem Schlafen gehen etwas Kamillentee trinken. Kamillentee ist wie ein leichtes Schlafmittel, aber natürlich. Oder die berühmte heiße Milch. Unterschätze aber bitte das Essen nicht. Wenn du abends schwer isst, mag das zwar so sein, dass du denkst, du schläfst. Aber der Körper hat gleichzeitig Schwerarbeit zu leisten, indem er verdaut. Und du bist dann am nächsten Morgen nicht wirklich ausgeruht. Wahrscheinlich warst du auch nicht wirklich im Tiefschlaf, zumindest nicht lange. Und wie wir festgestellt haben, brauchst du den Tiefschlaf, um gesund zu bleiben. Und vor allen Dingen, um lernen zu können, um behalten zu können. Tipp 4. Meide abends Blaulicht. Wenn unser Gehirn Blaulicht sieht, dann denkt es, klasse, heller Tag, jetzt geht es los und schüttet Serotonin aus. Du wirst wacher. Darum ist es wichtig, dass du abends, zwei, drei Stunden vor dem Schlafen gehen, nicht mehr aufs Handy schaust. Nicht in den Computer. Und auch kein Fernsehen schaust, was sowieso in den seltensten Fällen sinnvoll ist. Willst du das aber unbedingt tun, Fernsehen schauen oder nochmal auf irgendeinem Bildschirm schauen, dann nutze eine Brille mit Blaulichtfilter. Also auch wenn du kein Brillenträger bist, es gibt diese Brillen ohne Promille mit Blaulichtfilter. Ich mache das seit einigen Jahren konsequent und ich schlafe dadurch noch besser. Fünftens, nutze das Bett nur zum Schlafen und zum Sex, aber nicht, um da drin zu arbeiten oder schwere Bücher zu lesen. Es ist gut, dass dein Gehirn mit dem Bett den Ort des Schlafens assoziiert. Das ist dann wie so ein Anker mit Signalwirkung. Sobald du in der Nähe des Bettes bist, schüttet dein Körper dann automatisch Melatonin aus, das Schlafhormon. Warum? Weil es eben das Bett mit Schlafen assoziiert. Darum solltest du auch, wenn du nachts mal nicht schlafen kannst, nicht das Licht anmachen und im Bett lesen. Dann steh lieber auf, geh in einen anderen Raum. Es ist übrigens völlig normal, wenn wir manchmal nachts nicht schlafen können. Irgendso mitten in der Nacht. Schlafforscher haben zum Beispiel festgestellt, dass Naturvölker gar nicht durchschlafen. Die schlafen oft in zwei Teilen. Zweimal in etwa dreieinhalb bis vier Stunden und dazwischen sind sie in etwa eine Stunde wach. Dann stehen sie auf von ihrem Schlafplatz, setzen sich irgendwo hin, machen ein paar leichte Arbeiten oder starren einfach nur so vor sich hin. Und wenn sie müde werden, gehen sie wieder schlafen. Die machen sich aber keine Gedanken darüber, dass sie jetzt gerade nicht schlafen. Tipp 6. Verstehe, wann du Kaffee und Alkohol trinken solltest. Sprechen wir zuerst über Kaffee. Du musst wissen, dass Koffein eine Halbwertszeit von 6 Stunden hat. Das bedeutet, wenn du einen Kaffee oder einen Espresso getrunken hast, dann hast du nach 6 Stunden noch 50% des Koffeins in deinem Blut. Und nach in etwa 10 Stunden hast du noch den Viertelwert. Das heißt, noch 25% des Koffeins ist in deinem Blut. Damit können wir nach den Untersuchungen der Schlafforscher dann schlafen. Auch in den Tiefschlaf kommen wir damit, mit den 25%. Aber wenn du 50% oder mehr Koffein im Blut hast, dann kommst du kaum in den Tiefschlaf. Das gilt auch für Menschen, die abends durchaus einen Espresso trinken können und die denken, hey, ich kann trotzdem herrlich schlafen. Mir macht das gar nichts. Ich kenne solche Leute. Bodo, komm, trink doch einen mit. Das ist doch überhaupt kein Problem. Sie denken nur, dass sie schlafen können, sagt die Schlafforschung. In Wahrheit kommen sie nicht in den Tiefschlaf. Aber das merken sie nicht. Und das ist auf Dauer sehr gefährlich. Denn durch den Tiefschlaf bleiben wir wirklich gesund. Denk an die Killerzellen, die den Krebs im Frühstadium killen. Darum trinke ich spätestens ab 15 Uhr keinen Espresso mehr. Und das tut mir sehr, sehr gut. Sprechen wir noch über Alkohol. Alkohol wirkt wie ein Sedativum, also ein Beruhigungsmittel. Du hast dann zwar die Illusion eines Schlafs, aber in Wirklichkeit, in Wahrheit gerätst du nicht in den Tiefschlaf. Ich bin jetzt kein Gesundheitsapostel. Aber seit ich das verstanden habe, trinke ich nur noch sehr, sehr selten Alkohol. Ich brauche das auch nicht, um lustig zu sein. Und ich habe festgestellt, dass sehr viele, sehr kluge und erfolgreiche Menschen ebenfalls sehr wenig Alkohol trinken oder gar keinen. Wenn du darauf nicht verzichten magst, so empfehle ich, wenigstens jeden zweiten Tag Alkohol komplett zu meiden, damit du dann wenigstens in den Tiefschlaf kommen kannst. Tipp 7. Sprich in deinem Geist eine Autosuggestion, bevor du einschläfst. Ich habe zwei davon. Eine heißt, ich schlafe tief und fest, ich erhole mich komplett und vollkommen. Ich schlafe tief und fest, ich erhole mich komplett und vollkommen. Das murmle ich dreimal. Und danach überlege ich mir, was war heute eigentlich am schönsten. Habe ich schon die Augen zu? Was war heute eigentlich am schönsten? Dann kommen so verschiedene Zähnen vor mein geistiges Auge. Und während ich noch versuche zu entscheiden, welches jetzt wirklich der allerschönste Moment war, schlafe ich meistens ein. Und zwar mit einem Lächeln, weil ich ja an die schönen Dinge denke. Die Autosuggestion zuerst und dann diese einfache Dankbarkeitsübung führt dazu, dass ich glücklich schlafe. Und sollte ich dann aber noch nicht schlafen, dann sage ich mir eine zweite Autosuggestion. Ich lasse jetzt vollkommen los. Ich schlafe in Frieden. Ich erwache in Freude. Denn das Universum sorgt für mich. Wenn du übrigens nicht einschlafen kannst, dann hilft es, wenn du dich auf den Bauch legst und dabei einatmest. Also auf den Bauch legen, einatmen bis vier, ausatmen bis vier. Und wenn du ausgeatmet hast, einfach bis zwei zählen. Also praktisch anhalten. Also einatmen, vier, ausatmen, vier, eins, zwei. Dann wieder einatmen, vier, ausatmen, vier, eins, zwei. Und wenn du so auf dem Bauch liegst, achte dabei auf deinen Solaplexus. Und vielleicht spürst du dann auch deinen Herzschlag. Bei mir ist es so, dass ich den so am Zahnfleisch so ein bisschen spüren kann. Manchmal auch am Herz selber, wenn ich auf dem Bauch liege. Und beides führt dazu, dass du ganz ruhig wirst. Und dass du sehr wahrscheinlich bald einschläfst. Und sollte das nicht der Fall sein, dann steh einfach nochmal auf und lies ein bisschen. Fassen wir kurz zusammen, was wir besprochen haben. Schlaf ist wichtig. Er macht dich groß, er macht dich schlau und er macht dich gesund. Dann meine drei plus sieben Schlaftipps. Sorge dafür, dass dort, wo du schläfst, es kühl ist, dunkel ist und leise. Und meine sieben Zusatztipps. So wie du aufwachst, so schläfst du meistens ein. Geh immer zur selben Zeit ins Bett und steh zur selben Zeit auf. Esse abends leicht. Meide Blaulicht drei Stunden vor dem Schlafen. Nutze das Bett nur zum Schlafen und für Sex. Trinke wenig Alkohol, sprich eine Autosuggestion und schlafe mit einem glücklichen Gedanken ein. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst. Und wir machen es zusammen, dass du deine Träume lebst.